800-Abonnenten-Special, seid ihr bereit? Ich kann euch nicht hören. Batman! Okay, viel Spaß. Woo! Ich war unterwegs. Es ist leicht warm. Ich bin ziemlich weit, ähm, äh, oben. Hier im Weinberg, ja. Weil ich geh, ich geh natürlich schon oft raus. Es sieht vielleicht so aus, als würde ich immer nur am, am PC hocken. Aber ne, ich hab sogar ein Fahrrad. Guck mal. Ich hab sogar, ich weiß sogar, wie es funktioniert. Also es ist echt, also ich bin mir fast sicher, ich glaub hier hinten ist der Sitz. Und das ist eins von den Rädern und ja. Und das kann auch irgendwie fahren. Äh, fahr! Ah, also ich weiß nicht. Vielleicht muss ich eine neue Software installieren. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Keine Ahnung, wie ich hier hochgekommen bin. Ja, aber ich bin halt schon oft draußen. Nicht mehr so typisch Gamer-Kram, immer nur drin und sowas am Arsch. Boah, Leute, könnt ihr das sehen? Ey, könnt ihr das sehen? Krass, das ist ein echter Baum. Die sehen den Spielen immer ganz anders aus. Und da hinten ist ein kleines Village. Ob es auch Zombies gibt, oder ist das jetzt wirklich nur, ich, also... Wo hab ich denn hier die besten Lootchancen in Rheinland-Pfalz? Wo kann ich was finden? Ich hab sogar auch mein Powerbänkel dabei, welch? Seht ihr die Windigkeit? Guckt euch mal den krassen Shader-Mod an. Ist ja fast wie in Minecraft, Alter. Aber die Grafik ist echt fett. Die Grafik ist fett. Oh, yeah. Military Base. Da muss ich hin. La, 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 la. Military Base, ich komme. Oh Gott, in der miesen Auto, wie krank. Oh, oh, yeah. Ich komme näher, Military Base und Windräder. Ich gehe dem Camp. Vielleicht ist hinter mir jemand. Schräg dir den Rick. Ich werde verfolgt. Oh, ja. Shit. Oh, yeah. Let's get it. Ich steppe in die Steppe und ich zeig euch, was eine Hake ist. Oh, der Gott, wie toll, uns haben wir den Arsch gefickt. Ich weiß nicht, was die Leute mit der Luft haben, wisch? Mit der Sonne. Also ich bin froh, wenn ich wieder die Luft einatmen kann, die durch meinen PC läuft. Und gefiltert wird, aufgeheizt wird. Nachher brennt mir die Sonne noch meine ganzen Pickel weg. Wie sehe ich denn dann aus? Guck mal da, Windmühlen. Ich dachte, wir sind ja in Deutschland, in Holland, wisch? Willkommen in GTA 5. GTA. Blümchen für mein Mäuschen. Äh, Moment. Ja, halt. Nee, ich bin ja Gamer und YouTuber. Ich kenne gar keine Frauen. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Also vor allem nicht nackt und so. GTA. GTA. Ich habe jetzt sogar geschafft, aber hör auf. Oh yeah, I'm there. Boah, bekomme ich jetzt Bock auf Counter-Strike. Wuh. Krass, ey. Wie einfach nicht spawnt. Oh, Leute. Counter-Strike, eine Runde Cabal. Yeah. Wuh. Ich glaube, ich weiß jetzt langsam, wie das Fahrrad funktioniert. Also ich hoffe es. Ich habe mir jetzt nämlich eine App runtergeladen. Und, äh, Achtung. Also ich versuche einfach mal, vielleicht. Komm. Ha. Das ist wieder so ein Synchronisationsproblem. Ich sehe es genau. Ich habe, ich habe ein Android und das, das, äh, das Fahrrad ist bestimmt ein Apple-Scheiße oder sowas. Wenn ihr, wenn ihr sowas macht, also so in den Weinbergen, ähm, rumfahrt, nehmt, was zu trinken mit. Ein Tipp von mir. Mach nicht den Fehler, den ich gerade mache. Mein König, äh. Die Fresse solltet ihr euch gut merken. Waa. Komm, Leute. Wie peinlich. Aber die sollen sich die Fresse auch gut merken, ja? Duh. Oh, oh, oh. Na, eine Quelle. Na, nein. Ein Stein versperrt mir den Weg. Wackelt, alles wackelt. Ach, ist der. Und ich habe keinen Sound. Macht keinen Spaß. Macht kein Spaß. Ich dachte, das war ein Arzt. 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 Jo. Ich dachte, das war ein Arzt. Ich dachte, das war ein Arzt.